Ja El Admiralo atvaru Man sagt R zu D zu G In Italien Sagt man Ere dui Die dui Ja, Ere dui Die dui Du meinst R und dann D 2 D2 Ok Leute, mach die Kacke aus Mach die Kacke aus 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 Ich dachte Ich dachte ich hätte schon mal Ich geh Er hat sich an meine Hosen gekackt Hallo Ja, es war wunderbar los Schieß, schieß einfach, schieß Ey, J, bist du lost oder bist du lost? Digga, ich habe jetzt Brooklyn Nine-Nine angefangen Erst vorgeguckt ihr euch direkt an Stranger Things Hier kommt unten unten Aber von Banjo David Aber von Banjo David Schieß Ja Ey, du ist dein Kacke Ernst Schieß Oh Digga, siehst du was G macht hier, Alter Siehst du was ich machen? Siehst du was ich mache? Oh, wer bist du? Ich bin Mitte, Digga Hier kommt der, siehst du's Komm her Alter, Digga, Ben Ja, schau Alles gut, alles gut Wir haben ihn noch Wir haben ihn noch Ah ja, nicht mehr schade Schlechter Flanke geht nicht mehr Nee, ich hab gar nicht so Die Flanke war okay Die Flanke war okay Digga, wo ist Ritz? Ah ne, der ist irgendwie so schlecht Sag doch, wir spielen alle Prognose Digga, ihm geht schlecht Der Mitte ist krank, der Typ Was willst du? Na und? Trotzdem, wenn wir schlecht gehen können Trotzdem, dass wir spielen Hat der Corona? Spiel doch mal, ich schick' euch Spiel doch mal, ich schick' euch Oha Ey, Digga, Digga, ich will bei dir gewohnt, Digga Richtig kelle Getränke Alter, Junge, ey Das ist auch so ein Typ Digga, die Leute, die dürfen sich mal bei Netto einkaufen Das ist der größte Schwanz, Alter Digga, man muss Angst haben, da abgestochen zu werden So eine Gegend ist das, älter Ja Nein Doch, ist so Das ist die Felsen, die Gegner aus von Selde, glaube ich, älter Ist sie auch, ist wirklich Ich geh' da immer hin Ja Ja, Digga, ihr seid ja nicht gewöhnt, Digga Aber Digga, Netto ist so schlecht Frag mal bitte euch, Alter, ob ihr zu Rewe oder Penny geht, Digga Da habt ihr Zeugs, bei Netto ist nichts, Alter Ja, for real, Digga Netto kriegt nicht mal mal nichts Cola oder sowas, Junge Da gibt's doch Fake-Cola Digga, du geh' zu Rewe? Weißt du, dass du eine Cola-G? Ja Bei Aldi? Ey, nicht bei Aldi Achso Digga, David und Diego nimmst einfach so River-Cola aus der Dose, Alter So richtig lost Aber das war so Fake, wie hieß das? River Aber es gibt, es gibt River, es gibt River-Ginger, ey, und River-Ginger, ey, und River-Ginger, ey, ist richtig geil Freeway Ja, Mitte, Mitte Ja, Freeway ist Lidl, oder? Ja, Lidl, aber Lidl ist richtig für keinen Nacken, Digga, ohne Scheiß Ja, Jay Shooter an Shooter an Shooter an Shooter an Ich bin frei, ey, ist okay Ey Leute, man, das könnte mich auch haben, wie der vale Shimonthin, ja Oh, oder gehölt Wusst du Nehmer war in Hauss, das Geld ist, so ne? Ja, junge, Alter, das wissen wir doch alle Ja, war er, er Münch Jaspäte, also reingefügt in Staffel 3 Er war ein Münch? er hat sogar geredet er hat gesagt er mag mag es fußball gesagt er spielt kein fußballer bei max spieler fußballer da gut sagt er spielt kein fußball und mag keine party ist er voll der fähre jahre egal wer daneben schießt es ist egal wenn die guten neben schießen kacke bist du er mag keine parties und kein fußball die leute meiner klasse die gehen auf diese bauern check volksburg da diese partys die gehen da mal hin kennst du die ja es ist eine snapseite na ja ja es ist das ist so eine snapseite die die sagte bescheid wo es in braun schweck von und wolfsburg dings gibt bei den clubs oder wie nein ich klub es aber auch richtig zum beispiel die gerne ferienalter stand da immer dass 50 mann beim bei uns im sportplatz waren also die sportler sondern elf aus welter halt nach hinten p mq die haben da immer gechillt digga leider ja auf die digga keine ahnung ob wir auch dahin können so weißt du weil wir mit mäßig keine freunde doch die aus meiner klasse sind so emo transgender hässlich kurzer haare vorstatt ne ich meine jäger das ist Degos 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 wer ist denn da bei dir alter ein paar Pferdemädchen sind bei ich weiß Degos aber ist scardie bei dir in der klasse Nein ist in der D Degos auf diese scheiß schule geht also Wer ist die überhaupt? Das ist mein Spannklasse Doch die ist mein Spannklasse Nein du warst nicht dabei Die hat die überall abgenommen Die hat die richtig abgenommen Die ist richtig dünn geworden Was mit Arathana alter Arathana Ich glaube die sind immer noch fett oder? Ja Aber was mit dir dieses Gila Skylar Skadi Skadi ist cool Digga ich hasse die Ich ne Es ist meine Spannklasse Was mit dir? Ich hab's immer richtig beleidigt Was ist mit dir? Einfach nur eine Frage Ich mach der rein Leute Der will nicht passen Wow Er ging aufs Tor Jetzt mach ich's von Brero Die ganze Zeit Die ganze Zeit Das war dann auch Black Ops 3 Abseits Ich schon Ich bin oben Oder unten Start Und jetzt? Ja Spiel nochmal unten Ich hab gepasst Ey wir haben David David Digo nein nein Geh dich doch in den Absatz Digo komm von vorne Nein ich bin hier Ja ok Nein der schießt schnell Ja siehst du komm Ja scheiße digga Oh man Ey digga die gehen nie rein Ich check auch nicht schon rum Doch bei dir schon Einer Einer digga Ja und da hat Jugo gesagt Ah Jugo eh voll süßen Das einzige Mal wo er sagt Ja schweig Ey komm einer hier Nur einer nur einer nur einer Digga sei echt Einer Leute Alter wie lange sag ich einer Mit Jugo schieß 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 Ich hab den mehr drin Ich hab den mehr drin digga Ey digga kennt ihr das Wenn so Keeper sich so bewegt Digga ihr wisst Die Rechnung der geht nicht Äh der geht rein so Alter wir haben scheiß 5 Torschlüsse Alter mein Heißt den 420? Ja Ehrenmänner Kuss Happy 420 digga Letztes Mein Bruder kommt rein zu mir Happy 420 Ich guck ihn soll was Was willst du von mir alter So äh Wolltest du irgendwas sagen? Ehh Leute Wir müssen die Chancen mehr nutzen hier Ja Mehr ein bisschen auf Pashmi machen Und so Das ist mir zu Also eigentlich sind wir echt gut Aber Der Abschluss Der Abschluss Ja du Ja schönes Pashmi hier Sorry Jungs Sorry Warte warte bis er läuft Und jetzt so Ah Digga Kannst du Scheiße Digga Ich dachte ich spielte ihn so Kannst du flach machen Ja Kannst du besser 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 Okay Leute wollen wir warten oder wollen wir rauf 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 Ja Leute warum Wer war das? Ich hab nicht angefordert Ich schau auf alles Oh Abseits Alles gut Ne Boah Ey Leute man Ich hasse wenn die im Ball sitzen Oh mein Gott Oh mein Gott Ganz unten Ganz unten Komm aus dem Upside Sorry Dio sorry Ich hab nicht gesagt Nochmal David Ja ich mach das immer Digga Auch im real life alter wenn ich der mal spiel Ich komm immer aus dem Upside Ne Ist echt voll gut weil dann sieht man dich halt nicht Ja ich stehe zwei Meter hinter Batei Digga Digga Checkt nichts Und da komm ich auch immer rein Also ich bin der Dribbelkönig in unserer Mannschaft Nein ich auch Nein nein kein Streit Ihr seid beide Digga Ich hab 5 Stars Gills Haben man gesehen im Schwier Auch Leute Ja hab ich auch Digga gegen Geffa bis Minat Alter Ich hab Korfetta gegen den Digga Hey Daniel warum hast du ihn rein Bring ihn rein Haben ihn rein Digga Ich hab ihn rein Digga Okay Der größte Kreis Leu Mann Digga Oh Mann du Schade 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 Marmelade Schade Marmelade Marmelade hat sie g�thase Ey rechts ist angefeuert bei mir dann glaube ich Das hüb das hüb das hüb Ja alles Alter Hateshüt Wir müssen die erobern Jo komm Tschüss Heslan Haben wir haben wir Hals und ganz um ganz um ganz um die und ganz um nicht den er doch versorgt das läuft und steiler stark die hochkommt das habe ich mal angefordert ein ding aber so fliegt du kannst so fliegt gerade eben machen dinge mal kurz einmal klar nein ich nein da war zu lang nein ich mich mein dd muss zum fliegt machen der ist ja zu ihnen gekommen naja müsst ihr zu mir spielen ja aber du warst doch digga nicht so die größte schilder also 62 00 viel viel mehr überlegen spielt der wird meiner einmal auch zu mir halt egal scheiße es war fahrrad die leute nimmer nimmer die leute hier anfordern waren ja ich habe folgung einer dann ist ein gespiel das haben wir uns zu spielen gehen halt dass du mir so leid die spielten wenn ich also heim oder auswärts ich bin auswärts ich bin ich da ich würde ich bin du bist du ja die ohr er ist auf den scheiß geburtstagsbad ich habe ja keine ahnung nein nein alles gut nicht deswegen das abends er hatte ich habe nur damit an den armen und ich kann nicht so krass bewegen weißt du und auch an den an den beinen in den kniekehlen weißt du schießen ey ey schieß spiel zurück yes was war das jetzt für ein fräscher fräscher leute leistigen was uns zu erzählen aber ich zwei zähler der besorger nein der stürmer du es zähler und nein 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 ich meine die nummer woanders die außen aufnummern zu enthält ein schönes mehr geht es heute war der drüben ist schlecht was neunheit neunheitlich wir sind mit ein das war ja das macht er die Kündigung von so ein individuell Ding ist können wir einfach Dings nehmen äh Trikotnummern und so und stellen vor so Stützenlänge und so ein Scheiß das alles Alter ey du musst deine Instagram Nummer auf deine Nummer haben hä? Digga ich will das deine Laufschicht soll ich machen? ey ich hab jetzt 27 wegen Kevin Prince ne auf Instagram aber hast du 91? ja wegen Dennis Rodman nochmal nochmal ey ey spiel 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 zu spät Bruder nochmal nochmal schieß du mein halt mein Schiff ich bin schon gespruntet hä? hä? Dinger das war der Trick Dinger das war der Trick Dinger das war der Trick das war der Trick ich hab da gerät what the fuck ich liegt da jetzt wie so ne halbe Wurst hast du mich umgeregt? Digga ich mach mir gleich Würstchen alter ich klicke zu Würstchen was ist der Würstchen? Werner Würstchen? äh Würstchen geflügelte Würstchen natürlich ne kein Schwein geflügelte Würstchen alter geflügelte geflügel 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 mit Cheese und Jalapeño äh komm 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 ey Cheese und Jalapeño was wir hinten reinstehen Digga mach ich grad so alter Gio diese Wurstchen haben wir Cheese und Jalapeño Digga die kann doch nicht gegen eine Stoner Mannschaft verlieren alter die Packung hast du dich auf Digga die mag nicht was die verloren haben alter spiel kannst du oh mein Gott ich hab sie ne Packung erlassen 2 gut nice Jauf rauf 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 mach ich jung ja stark spiel spiel mit äh ganz oben starr nein zu kurz zu kurz sorry ja spiel ja spiel auf Tracks ey spiel spiel zurück spiel zurück jetzt nochmal Daniel Daniel komm noch einen ja schieß ja aus der Drehung ne nice spiel 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 jünger 2 würde sie sagen schießt und einer sagt spiel ihr müsst euch mal entscheiden alter ja 2 gegen 1 kannst du schnell nachdenken also ich hab eigentlich gesagt gespielt du bist geflogen alter ey alle zurück alle zurück alle zurück alle zurück alle zurück ich will eigentlich nur meinen machen ich weiß nicht warum er verlängert hat ich wollte sich mal ein machen egal egal Leute kommen haben wir eine pille viagra oh mein gott oh mein gott aber jetzt hab ich euch nicht mit machen wir noch kommen ja ich das leute können wir lernen machen im schein gesessen ja ich hab dann machen wir erst das brauche 100 sie alter Alter, Jay! Nein! Okay, ich geh jetzt essen! Ich hab 17 Schüsse, Digga, witzig, verarschen! Ja, okay, bis zum nächsten Mal, ciao! Ich geh aber schon mal in die Startaufstellung, ich geh schon mal in die Startaufstellung. Nein, 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 ja, okay, geh alle bald raus, ne?